So, wir haben hier Persea Americana Avocados. Gut und gesund. Viele Leute lieben sie. Das einzige Problem ist, die kommen aus Übersee und maximal aus Israel. Sorte Hass. Und hier haben wir Juglionsregia, unsere wohlbekannte Walnuss, die jetzt allerorts gratis vom Boden aufzuglauben ist. Das Klima zu retten, bitte die konsumieren.